Musik Manchmal setzen sich einzelne Sätze in mir fest, sinnlose Redewendungen, wie What you see is what you get Und ich höre sie wieder und wieder, wiederhole sie von mir in meinem Kopf, bis jedes Wort seine Bedeutung verliert What you see is what you get What you see is what you get Für mich zu den Augenweiden und das andere ist. Deshalb entschuldigt los zu laufen und um an die Sehze zu nehmen Ich bin gerade herein, vielleicht nicht Ich bin gerade hierin, vielleicht auch hierhergeleitet Hey, was ist denn mit dir? Ich war für die Party und du musst ihn mir besprechen. Nach diesem Vorfall. Ich meine, ich bin es nicht gewohnt, dass man so mit mir spricht. Fühlt ich nicht wirklich schrecklich? Und ich zitterte. Aber ich wollte nicht, dass er es sieht. Ich wollte ja nicht, dass er denkt, ich sei schwach. Ich war so schnell, was ich sagen habe, wie ich mich wirklich fühlte, sagte ich. Als wäre ich im Inneren einer kleinen Kristalltaste, die in einer anderen Kristallrunde war. Und die vielleicht in einer weiteren Kristallrunde war. Vor langer Zeit einmal dachte ich, die Menschen so sind gefällig. Dann zog ich mit meinem Freund aus der Stadt weg. Vier Jahre später trennten wir uns. Jetzt bin ich zurück in der Stadt. Hier bin ich kaputt und traurig in derselben Bar. Ich bestelle einen Dreh. Ich bekomme ihn, weil ich sehr traurig war, der Hündchen jetzt. Ich glaube nicht, dass das wahr ist. Bei manchen war der Hund gar nicht da und er kann trotzdem grübel. Aber mein Bruder sagt, er käme nur wegen dem Hund. Deswegen weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Zieh dich aus, mein Kind. Den soll ich in meine Schürze legen. Wirf sie ins Feuer, mein Kind. Du wirst sie so oder so nicht mehr brauchen. Leg dich neben mich. Ich habe dich so sehr vermisst. Ich will dich ganz dicht reinigen. Als Teenager gehe ich oft nachts aus und komme nicht mehr nach Hause zurück. Ich gehe aus und komme nicht mehr zurück. Ver Europaach. Weberach. 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 herz